Boah, Andi! Danke, Andi! Ein Problem! Ja, Andi! Leute, ich hab auch die umgekehrt waren! Ja, siehste? Du hast die gesehen sogar! Ein Problem, aber... Faut dich los, du hast nicht Gefahr, dass du unterst! Ich krieg hier im blanen ab! Und neun rohn! Und neun rohn! Wie viel rohn habt ihr denn? Und neun rohn! Ey, jetzt guck mal wieder zugekommen, weil die Dämpfe für die Bumpe! Die Bumpe vor mir! Vom ersten auf neunten, dann vom ersten auf zehn! Yes! Yes! Ja, wo setzt die mich ab dauerlücker? Ich bin abgesoffen, obwohl ich noch im Hellbaunwasser war, und zwar so im ETA-Wald. Die Rakete, die hauht mich überall ran. Wie frickt du sein, lass mich voll aus dem Rennen gehauen. Nein, ich trappel! Jetzt leh ich da eine nöde Fakebox ab in der letzten Kurve. Jetzt krieg ich die nicht. Jetzt krieg ich noch einen grünen ab. Jetzt steh ich hier in dieser Kacke drin. Kacke! Was gibt's toll, ey? Ich hab Black Alien runtergehauen und plötzlich taucht der neben mir doch wieder auf und haut mich von der Brücke runter. Jetzt krieg ich einen Fakebox. Jetzt krieg ich einen Fakebox. Jetzt krieg ich einen Fakebox. Jetzt tust du auch noch ganz von der Hände. Wie viele Rote? Ja, kommt mit Gas. Nein. Nein, eine Waffe! Das ist für mich. Das ist für mich. Das ist für mich. Ja, statt die Bombe Magnato trifft, kommt die wieder zurück und trifft mich selbst. Sonst steh ich den auch vom Berg. Dann bleiben wir echt. Wir haben einen Fakebox. Oh ja, clever gemacht! Was ist das denn? Ist die Wolke jetzt weg? Komm schon, dein Pilz! Oh man! Bitte, bitte, bitte! Yes!